Willkommen zu meinem 11-Fragen-Tag-Video. Ich wurde getaggt vom schwulen K-Complays und ja, ich beantworte jetzt diese tollen 11 Fragen, die hier in meinem schönen Textdokument stehen. Ich habe hier noch jemanden in Skype, der so voll kompetent ist. Ja, hallo, wie? Ja, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Und vielleicht ist er in der Beschreibung, wenn er das will, vielleicht auch nicht, vielleicht ist er auch anonym. Ja, ich bin so ein anonymer Eddie. Ja, er ist jetzt ein anonymer Alkoholiker und ich heiße jetzt nicht mehr PKFX, sondern Pekka, weil egal. Okay, also ich bin jetzt hier so richtig knorke in so ein Textdokument und so richtig, richtig Zigeunerlike mache ich jetzt dieses Video. Bist du doch immer. Immer doch. Und wer ist mein Lieblings-Youtuber? Natürlich immer dieser Usermie. Müsst ihr wissen. Der ist ziemlich kompetent. Userme? Ja, Userme. Und welchen YouTuber ich nicht so mag, also diesen Gronkh, den mag ich wirklich nicht so. Was ich gerne esse, ist glaube ich klar, das ist Tühnchen. Was trinke ich gerne? Ich trinke gerne. Ge... 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 Ger... Gerne? Ich... Ich trinke... Ge... Gerne... Äh, ihh... Haaa... Bryce, hast du das Textdokument kaputt gemacht? Ich hab das Textdokument... ... kaputtgemacht... E-A-S-T. Ja, E-A-S-T... Wann... MACHST DU DEINEN Nächstes Abos-Besche? Ich habe die Fragen übrigens da nicht aufgeschrieben, ich habe sie mir kopiert... ähm, wann ich meine nächste Abo-Special mache? 200 Abonnent-Post aber das schreibt mir mit Doppel-N äh, welches Schuhfach ich mag, äh, äh, was mag ich am liebsten, ähm, 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 Ferien ne, ich würd's mal, ich würd's jetzt mal ernst nehmen, ein bisschen, so ganz klein, ein bisschen ernst nehmen äh, welches ich... Freistunde, Freistunde, ganz klar Erdkunde nicht Freistunde? ne, ich würd's ernst nehmen, ein bisschen ein bisschen, musst du's also, also, welche Schuhfach hasse ich, ähm... alle alle außer Erdkunde Ethik fickt ich Kein Bock auf dieses Religionsgelaber Welchen Blog magst du am liebsten? Ich mag den Karierten Was ist... Ah, das ist der Minecraft-Blog, okay Ähm... S-S-S-S-S-S amarag... n- truly blog Blogger du des marag... io weh, lebst, liebstem Ich bin Smarag... der Smara... des marag... Blogger lp Du hast LPs vergessen, und let's play, und German, Tor, Smaragd, Blogger, LP, HD, YouTube, ne, ist out, also welches Mob ich am liebsten mag, hm, also ich nehme mal an, damit sind so aggressive Mops gemeint, deswegen würd ich mal sagen, ähm, checken, nein, ach, doch voll aggressiv, natürlich, Also, mein Lieblingsmob, natürlich hier, der geile Camper, warum schreib ich alles auf Englisch, ich weiß es nicht, Nur eine, was ist mein Lieblingstier, hm, es ist ein Eichhörnchen, wer hätte es gedacht, Hörn, Eichhörnen, Eichhörnchenen, Eichhörnchenen, Ja, und bin ich eine Bide, ähm, Ja, natürlich Klar, ich ficke gerne Blumen Blumen So, hier habt ihr mein tolles Textdokument gesehen, und, ähm, ich bin, der beste Gronkhater, bitte abonniert, Anubiert, Anubiert, Und, liegt, das, Video, 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 Also, wirklich ganz hart lecken? Ja, ganz hart, bitte, Ich nominiere, äh, Dings, Fx, und, X, Fx, 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 Diko, Du musst dir X, Fx, 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 und Dings, Fx-Kanäle machen Oh, geil, mach ich Und, äh, ich muss, ich muss kurz gucken, äh, was, was, ich, ich kenne keine guten Designer, die ich so, die ich so reinschreiben kann Ähm, da ist doch dieser Pika-Fx-Star Ja, ich nominiere mich einfach nochmal selber, ne? Ja, natürlich Ich nominiere mich einfach selber Weil das kein anderer macht Hm, das macht kein anderer, deswegen muss ich es einfach nochmal nochmal machen, denn... Läuft, okay, dann... Hm, wo fährst du in der Letzt-Tack-Video? Die Leute, die ich nominiere, stehen in der Beschreibung, weil ich so krass bin Unsere Inkompetenz Ähm... Inkompetent? X3 G4 G4 G5 G7 G7 A賞 G7 G9 G8 G7 G7 G10 G7